Leute, Season 17 steht kurz bevor, die meisten von euch werden es wahrscheinlich erst sehen dieses Video, wenn Season 17 schon gedroppt ist. Es wurde ein neues Knockdown-Schild geteasert von Respawn, höchstpersönlich. Bevor ich euch das Image zeige, was wir offiziell seit dem Release der Patch Notes auf der EA-Seite sehen können, selbst geteasert quasi von EA, bevor ich euch das gleich zeige und was meine Theorie ist, wann das kommt, wie es vielleicht funktioniert oder wie man es bekommt, wie auch immer, natürlich nochmal in eigener Sache, es wird zum Start von Season 17 über die ersten Videos hinaus Coin-Codes zu verlosen geben in Höhe von 6700 Coins, dreimal. Es wird noch Merch auf Twitch zu verlosen geben, aber die Coins ausschließlich auf YouTube. Vergesst also nicht zu abonnieren, das ist Pflicht, um die Coins zu gewinnen. Ihr wisst also Bescheid, achtet auf die nächsten Videos, die im Verlauf der ersten Tage von Season 17 so rauskommen und jetzt kommen wir zu diesem Image, was über die Patch Notes zum 8. Mai rauskam. Das Ping-Wheel wird uns hier gezeigt und hier sehen wir es auch schon, das rote Knockdown-Schild. Wir haben hier Stufe Weiß, Blau, Lila, Gold und hier ist das Rote. Zieht es euch einfach mal rein. Ob das jetzt ein Versehen mal wieder ist, das wäre ja nicht das erste Mal, dass das Respawn passiert. Vielleicht hat es auch Respawn einfach vergessen in die Patch Notes zu packen. Wir bekommen es tatsächlich schon in Season 17. Ich denke aber eher, dass es kein Versehen war, sondern dass es einfach in Season 18 von mir auskommt und wir dann ein rotes Evo-Schild bekommen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir unbedingt ein neues... Habe ich Evo-Schild gesagt? Falls ich das gesagt habe, natürlich brauchen wir ein neues Knockdown-Schild. Ich denke jetzt nicht unbedingt, es sei denn, das rote Knockdown-Schild hat irgendeinen Sonderpirk, den alle anderen Knockdowns oder das Goldene nicht haben. Vielleicht ist es deutlich größer und auch breiter, sodass wir uns aus jedem Winkel schützen können und wir vielleicht nicht mehr gerade bei Ranked umtänzelt werden können, sodass wir direkt auf den Körper geschossen werden und eben den Schaden aufs Knockdown-Schild vermeiden. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, auch wenn ich nicht glaube, dass es so passiert. Es wird wahrscheinlich 1000 Schadenspunkte kassieren, bis es gebrochen ist. Vielleicht gibt es auch, das ist jetzt wirklich auch nur eine Spinnerei, vielleicht werden wir über kurz oder lang Evo-Knockdown-Schilder bekommen. So wie es mit dem Schild passiert ist, Evo-Schilder. Früher, wer noch nicht so lange dabei ist, früher hatten wir die ganz normalen Schilder von Stufe Weiß bis Stufe Lila und Gold. Rot gab es da noch nicht, da gab es noch keine Evo-Schilder. Wir mussten die Schilder in den einzelnen Stufen finden und seit den Evo-Schildern, die ich eigentlich als eine gute Neuerung empfand, könnte es vielleicht sein, dass wir mit den Knockdown-Schildern jetzt, mit dem roten zumindest, Evo-Knockdown-Schilder bekommen, dass wir vielleicht auf Stufe Weiß droppen und sich das über das Match hinaus eben weiterentwickelt. Theorie, eingehender Schaden auf unser Körperschild. Gegner schießen auf uns, wir haben ein Körperschild und der eingehende Schaden geht natürlich ganz normal. Wir bekommen unser Damage und dadurch entwickelt sich aber unser Knockdown-Schild weiter. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir, falls ein Evo-Knockdown-Schild werden wird, wie wir es pimpen. Es macht keinen Sinn, dass du genockt bist und erstmal dein Knockdown-Schild benutzen musst, damit es gepimpt wird. Eingehender Schaden, dann müssen deine Mates schon sehr, sehr schnell sein, bevor du drauf gehst, dass du durch diesen eingehende Schaden eine neue Evolutionsstufe erreichst. Das ist jetzt so ein bisschen meine Theorie. Also, Ladies and Gentlemen, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, wie könnte es funktionieren, könnte es einen Sonderperk haben, wurde es vergessen, in die Patch-Notes zu schreiben und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist jetzt 16.55 Uhr, kurz vor Release von Season 17 und wer es wirklich in erster Minute schon sieht, der Pre-Load von Season 17 ist für die Playstation schon am Start, ist bei mir schon installiert und 19 Uhr geht es dann endlich los. Wisst ihr also Bescheid. Vergisst, wie gesagt, nicht zu abonnieren, zu kommentieren und so weiter und auch auf Twitch auf jeden Fall vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall in ungefähr einer Stunde, Stand jetzt, in die neue Season natürlich rein streamen und dann werden wir uns, meine Fresse, Wortfindungsstörungen, Wortfasching, natürlich extremst in der neuen Season austoben, auf der Firing Range Ballistic ausgiebig testen und dann schon die ersten Provisional Matches für Rank machen und dann mal gucken, ob wir die 10 Matches heute noch schaffen, um zu sehen, wie wir gematcht werden, auf welchem Rang wir nach den 10 Matches landen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Verbleibe jetzt mit freundlichen Grüßen und wünsche euch einen richtig, richtig geilen, hoffentlich störungsfreien Start in die neue Season 17. und in der nächstenmeter die sich dann auf jeden Fall